Was ist passiert? Der schlimmste Tag seit 18 Jahren. Wie viele Cops? Acht. Wieso waren sie hier? Es wurde ein Überfall gemeldet. Schusswechsel! Schusswechsel! Aufmesser verbunden! Wenn wir sie in den nächsten 3-4 Stunden nicht schnappen, sind sie weg. 21 Brücken verbinden Manhattan. Schließt sie. Drei Flüsse, dicht machen. Vier Tunnel, blockiert sie. Stoppt jeden Zug und leitet die U-Bahn um. Dann fluten wir die Insel mit Polizisten. Das ergibt keinen Sinn. Der Auftrag war 30 Kilo und wir finden 300. Sie müssen Manhattan morgen früh freigeben. Acht tote Polizisten ist eine Sache. Dass der Aktienmarkt Milliarden verliert, eine ganz andere. Das heißt, sie werden furchtlos. Der Kerl, der Cop-Killer tötet. Einer, der in jedem toten Bullen seinen Vater sieht. Niemand kommt ihm zu nahe. Er gehört mir. Du wirst diese Insel nicht verlassen. Niemand kommt ihm zu nahe. Er gehört mir. Du wirst diese Insel nicht verlassen. Der Kerl, der in jeden Tag. Aber es wird das nicht verlassen. Der Kerl, der in jedem Tag.